Missfest 3-1. Feindliche Fusspatrouille kommt auf euch zu. Verstanden. Jo, verstanden. Haben verstanden. Da ist er jetzt. Okay, leise. Das heißt, schallengedämpfte Waffe ist muss. Ist ein muss. Vielleicht kann man auch noch ausgucken. Nimm dein Messer. Kann man nicht so. Rollt auf. Was, ähm. Ähm. Okay, jetzt probieren wir mal die Gegenteile getakt. Geht's einmal einfach zu dem hin und ram ihn das Messer in den Rücken. Oder bezüglich der Schneiden ihm von hinten die Kehle durch. Ist, glaube ich, eine Sicherheitsvariante. Okay. Da war schon sein Schack. Nimm dein Messer. Ja. Hier. Stirbe endlich. Stirb. Ja, jetzt ist Dodo, Alter. Nicht anhalten. Ich renne so schnell ich kann. Ich lauf wie ein Wilder. Nein. Alles wird verschwommen. Bleib in Wanderlei. Bleib in Wanderlei. Weil irgendwie. Wurscht, solange kann ich hier nichts tun. Komm. Okay. Shhh. So ist einer. Oh, verdammt. Hä? Mach schon. Geh da hoch. Jawohl. Hier ist Feindlich. Ja. So. Und so. Und so. Und so. Und. Wieder mal mehr Glück als Verstand. Jo. boah, ich glaube, das war nicht so geplant. Okay. Hält aber irgendwas. Aber sollen wir die oder die nehmen? Bleib bei mir. Boah, ich weiß nicht einmal. Nehmen wir es standardmäßig. Klaro. Schreit Kaufhaus ins verfickte Funkgerät. Können Sie Ihnen auch gleich eine Karte für den Hinterhalt zeichnen? Okay. Das ist auf der anderen Seite der Gebäude hier. Wir kürzen hier durch ab. Scheiße. Hält dich bereit. Ach du Kacke. Was ist das? Das ist der Scheißraum. Hier haben Sie es gemacht. Ja, wir erinnern uns. Da haben Sie Miller vorher gerade umgebracht. Hier ist sogar noch sein Blut. Oh, scheiße. Eine kurze Gedenkminute. Mal halten. Kurze Gedenkminute. Hier, Misfit 1-3. Ich bin am Treffpunkt Delta. Hier ist was. Verstanden? Geht's auch etwas genauer, 1-3? Ich habe Beweise vor mir, dass an dieser Stelle Corporal Miller exekutiert wurde. Kamera und alles andere. Was zur Beschreibung? 1-3, bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Ich schicke sofort ein Team los. Vielen Dank. 1-3, die First Marine Division hat gerade das Ostviertel erobert. Die Schlammung in dieser Stadt ist so gut wie zu Ende. Wir händen wir sie heute. Ja, wir händen wir sie heute nach. Warte auf sie. Warte auf sie. Boah, verdammt. Verdammt nochmal. Ja, warte mich. Kanate. Ähm, ich hoffe. Ich habe mir gedacht, wir gehen. Der. Und der. Und diese Lea, genau. Okay. Gesichert. Gehen wir. Gut. Gut. So, pissen wir uns. Ah, die war doch die ganz geile, oder? Ja, man war ja. Aber schier persönlich ergreifend. Er ist schon seit Jahren, Captain, und will den Obermotzen zeigen, dass er es noch drauf hat. Er ist scharf auf eine Beförderung. Ja, solche Leute sind immer ganz besonders angenehm. Elend. Elend. Ich kriege. Blackburn. Campbell. Hier drüben. Okay. Sind 200 Meter vom Zielgebäude entfernt. Müssen wir noch durch das Kaufhaus. Bereit? Ja, Sir. Dann mal los. Okay. Ab geht's. Das schaut wirklich wie ein Hinterhalt aus. Wie ein unterhaltiger Hinterhalt. Wenn die Kacke am Dampfen ist, nutzen wir dieses Gebiet als Rückzugspunkt. Okay. Machen wir es so. Jetzt glaube ich, können wir uns auch mit der Waffe erlauben zu kämpfen. Camper sind da voll. Ein kleiner Camper. Aber die wird wieder auf den Langsam alt. Okay. Blackburn, Camper, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhaus-Eingang. Wir haben jetzt Al-Baschirs Standort bestätigt. Definitiv nicht. Wir brauchen Al-Baschir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei Bin Laden. Verstanden? Alles klar. Packen wir es an. Bin Laden. Das Spiel ist aber vorher nicht im November rausgekommen. Das ist mal eine gute Sache, dass die so aktuell sind und das nicht irgendwie schon 2010 fertiggestellt haben. Ey. Ja, ich bin ja schon auf die Überwachungsposten in zwei Sekunden. 1,4. 1,3 geht in Position. Verstanden. Gehen jetzt los. Geht Deckung überrichtet. Out. 1,4-5. 2,5-2. 1,5-4. 2,5-4. 4,4-5-5.